Ist da ein Loch drin? Der ist da. Was ist da oben drauf? Wie soll das gehen? Vor allem, wie soll ich da hinkommen? Gibt's hier eine Geheimtür in den Felsen? Kann ja sein. Hm, hier wär's niedrig, aber nicht niedrig genug. Oh nein. Äh, ja. Okay. Das wundert mich jetzt. Okay, ich lass den mal hier. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht muss ich irgendwie zum Paragleiter, der da hinten irgendwo rumsteht. Da hin. Gleiten. Keine Ahnung. Vielleicht komm ich nochmal drauf. Jetzt war ich erst mal so, dass wir uns runter haben, wo wir vorhin schon entrollten. Okay, hier sind wir leicht ungeschützt. Wir zählen aber Treffer. Du stehst nicht genau auf. Doch, du stehst auf, aber jetzt nicht mehr. Verdammt. Wie oft muss ich dich noch treffen? Sehr. Kalle. Kalle. Ah, ich sehe da, oh! Oh, ich höre, ich höre mir. Ja, ich höre, ich höre. Oh, ich höre, ich höre mir. Dann? Ich höre, ich höre! Ja, danach deck mich! Bleib unten, da sieht er dich nicht! Schnell an die Rute, aber... Auch keine Muni mehr. Nein. Das läuft ein bisschen ungewöhnlich an, ich habe es. Ich kann noch etwas rein, doch vielleicht hier. Ja, denn ich brauche dringend Muni zu. Ich bin schon unterwegs! Wo sind die und deshalb sind doch da! Dringend... Ich habe gar nichts. Doch, mach Hit, aber... Die bringt mir jetzt wenig. Ich mache mal einen Quicksafe. Ich habe mir ganz viel gebraucht. Und ich habe mir viel auch... Da ihr hatten mir zu viel gebraucht... Zwei Schoß für die Pustole. Okay. Nein. Fast hätte ich ihn erwischen. Nur fast. Und mit unserer Freund holen. Ja, wenn er uns gut war nicht. Dann haben wir immer nur den Zug. Und eine Überlebensschutz. Und einen Dominionscamp. Außerdem gibt es noch so schöne Filmszene. Ja, ich flicke mich zusammen. Das sind mehr als nur mindestens zwei. Nein. Da ist es. Ah. Ja. Da war was. Wie geht man hier? Ja. Interessant, wie die durch das Dach hier durchschießen. Unfassbar, ich hab dir gesagt, die sind nutzlos. Ja, die letzten Blätter. Das war's. Ja. 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 Ach, da war ja wohl schneller unser Freund. Okay, ich geh mal hier drüber Denn hier ist ein Diamant Da müssen wir irgendwo hier rein Den zu erwischen, ansonsten kriegen wir den nicht Da läuft noch einer Und ich treffe ihn nicht Ich treffe ihn immer noch nicht Und er ist weg Da ist er Da muss ich hier irgendwo rein Aber wo? Hier vielleicht? Ja, weil nur so kriegt man den Dich krieg ich doch, oder? Ja, Dich krieg ich Noch irgendwas hier? Ähm, anscheinend nichts Ja, dann fahren wir mal weiter Speichern wieder Und hier haben wir ein Laster Ich hoffe, den kann man fahren Ja, kann man Aber wir müssen in die andere Richtung Darüber glaube ich Weiß mal Hm, ein Maffin da Okay, da fahr ich jetzt ein bisschen vorbei Aber wir kommen nicht mehr auf die Straße Von dem hier Sind wir halt jetzt Ja, das挑uu Wir haben ihn auch nicht mehr Ich kann auch nicht mehr Vorher Enf Ja, dass Dich